Wir sind jetzt gerade hier in der Altstadtgalerie und auf jeden Fall sind wir ein bisschen hier am shoppen und ich habe schon ein paar coole Aufnahmen für euch gemacht. Mal schauen, ob ich mir was kaufe, vielleicht hole ich mir was im Apple Store und wenn ja, dann zeige ich euch das natürlich und jetzt shoppen wir erstmal weiter. Wir sind jetzt draußen aus dem Shopping Center. Ich habe mir ein T-Shirt gegönnt und jetzt fahren wir zurück in die Neustadt und werden da etwas essen gehen. Das Zetter heute ist echt nicht so gut, weil Regen und so, also sieht man ja auch, ist alles nass da und da. Und ja, wir fahren jetzt mit der Bahn zurück und da habe ich noch ein paar Aufnahmen für euch, vielleicht auch beim Essen mal schauen. So ein kleines Food-Video, aber man schaut vielleicht nur. Und ja. Jujo, was geht? Also heute ist auch nicht so viel passiert, weil es später hier in Dresden war echt nicht so gut. Und ja, ich habe trotzdem ein paar schöne Aufnahmen für euch gemacht und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Das wird auch nicht besonders lang sein, aber ich habe das Beste versucht und ja, spätestens Samstag kommt wieder ein längeres Video. Da nehme ich euch nämlich auf einen Filmdreh mit in der Strandbahn Cottbus und genau. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Morgen geht es nämlich wieder nach Cottbus zurück. Mal haben wir noch ein раз. Wie kommen wir nun? Mal haben wir noch mal im Nachmittag. Mal haben wir noch mal. Mal haben wir noch einmal in die Stadt beschäftigt.